Wenn man zur Olympia geht, will man mit der Medaille heimkommen. Das war sicherlich ein Traum für mich. Das ist meine zweite Olympiade nach Peking. Wenn ich es erreichen würde, war es ein Traum. Ich wäre sicher 100 Prozent gegeben, um das zu erreichen. Große los, wenn ich etwas schützt, wäre ich auch ein Traum. Ich habe es mit einem Traum. Ich werde es mit einem Traum.